Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallooooooooooo Ja ist gut Leute und herzlich willkommen zu Let's play in mein Kopf mit Arte an mit alter Gesichter Nein! Doch! Junge du wirstest dein Zimmer aufräumen und das ist ganz witzig ja!! Ja?! Die워서 ich schicke weg! Ich muss hier weg Ich hab noch zweieinhalb Leben Immer noch Das ist aber noch Eis Scheiß Ich weiß nicht mal, wie ich mal zurückkomme Ich weiß, glaube ich, nur noch den ungefähren Weg Ja, ich will das mal einfach immer recht Alter, ich hab nur noch Kann man Pilze essen? Ja Nee, gar nicht Mit Suppe Ja, wow, Hammer Ja, mit Suppe machen Ich verkrümmel mich gleich Ich baue mich irgendwie ein Ja, dann pflanze ich erstmal die Kack Melonen Man, Spaß, das werde ich jetzt machen Ja, dann kannst du aber lange warten Geht so lange abkauen oder was? Boah, hast du wirklich ein Thema? Ja, Leute, schreibt doch mal in die Kommentare Irgendwelche Themen Oder Fragen Die wir in der Folge weiterführen Ja, wir diskutieren heute mal ausnahmsweise über Minecraft Nein Wie findest du das neue Update? Okay, wir spielen doch nicht auf schwer, weil das vielleicht bis ein Leben Einheimleben und ich hab Ich hab mal ja was gefragt Wie findest du das neue Update? Adi Adi, du musst doch mit mir sprechen, wenn ich mit dir rede Ah, no Alter Ja, ist gut Ja, was denn? Ja, ich hab's gar nicht zu wollen Äh, wie findest du das neue Update? Welches denn? Äh, mit den, äh, erstmal das mit den Pferden Na ja Die erste halbe Stunde was witzig zu sehen Und dann fand ich's dann weich Wie viel ist denn die 1 zu 7? 1 zu 7 hat mich bis jetzt ziemlich überzeugt, was ich soweit gesehen hab Ein ganz geilen Biom Ja, Mama Das find ich schon, schon geil Also, kann einiges Respekt Spinni 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 tot Das ist nicht vorbei Nein Ich will einfach nur noch hier raus Nein, ich will einfach nur noch hier raus Nein, ich will einfach Alter, der wie groß die Höhle ist, ey Das ist unglaublich Martin, ich weiß nicht, ob ich, ich bin kurz davor Brauchst du Rassen? Was? Ja, das auch Lava Lava, alter, Lava Ich werd rauskommen Sag das halt Und Spaß, ich bin draußen Freedom Ich geh grad meinen Gang wieder hoch Oh, Spaß, ich hab ihn wirklich wiedergefunden Ich hab ihn wiedergefunden, ey Ich hab noch zweieinhalb Leben Zweieinhalb Juh, mein Weizen ist gewachsen Alles ist gewachsen Was für ein Wunder, es ist dunkel draußen Erstmal alles safe in die Kiste Boah, jetzt krieg ich mir ein Geil Geile Brote machen Erstmal schön Brote machen Alter, ich bedaufe hier noch einen Erstmal vollfutter Ach, scheiße, ich hätt noch ein Bett mitnehmen sollen, ne? Ach, was So, jetzt hab ich ein Dia-Schwert und eine Dia-Spitzhacke Das Ei Ja, komm noch her Ja, komm Was ist los? Junge, kannst du nix, ne? Mama, Verzäuberung ist das Ja, genau Ich hab keine Dia's mehr Ich hab 40 Level Das ganze Eisen schmelzen Das ganze Eisen Das mach ich mir erst mal nen geilen Hut So Ich hab noch zwei Gold Wow, wofür? Ach, was wollte der Oh, oh, oh Dein, dein, dein Onkel kommt in Unterhose Jetzt war der Onkel in Ruhe, Alter Warum gehen die eigentlich immer an Türen rein? Ich versteh's nicht Wir wollen mal halt los sagen, ey Ich sammle schon mal Papier, ne? Ja, wir haben auch schon das Spiel, äh, Dings da bei uns Kannst du uns rüberkommen, wir haben ja ganz viel Zucker, Dings da angebaut Ja, ich mach gar nicht Ja, ich hab auch mal Ja, ich, ich bau grad, hab auch angebaut Das Pauli, Pauli, Stadtbäurig Wow, hab ich kann mir nochmal einfach Pfeile machen Yay Yay Ich hab jetzt neun Pfeile Ich hab schon eins deckt, wieder eins Ich hab noch irgendwo Erde? Ich hab keine Erde mehr Ich hab auch keinen Kabel mehr Ich hab irgendwo die Schaufel hingefahren? Ach da Ach doch, da hab ich noch Erde So Wo ich das hier und das hier Opa, da hab ich noch Das ist ein Wiener Wiener. So, erstmal eine Fackel. Fackel nicht lange. Haha, witzig. So, jetzt bohr ich erstmal 5 Melonen-Samen hier an. So, jetzt ist ihn für ganze Morgen gehör. So, jetzt an der Stimmen. Ist doch Was für ein Beum findest du am geilsten bei der Anthem? Ähm, das Blumengebiet. Das sieht einfach geil aus. Ich finde das Beum geil mit dem roten Kies, also Kiesberge und so weiter. Canyon? Ja der ist auch cool der Canyon. Ich glaube das war das nicht weiter, ich kann mir das nicht merken. So, jetzt noch eine geile Brust, Plade. Plade! Getzeast oder was? Jo, jetzt bin ich fertig mit meiner Eisen-Ausrüstung. Wie denn Getzeast? Deine Oma. Ich muss mal meine Kisten sortieren irgendwie. Äh, das ist der Gibraltmann. So, dann wollen wir mal weiter. So. 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 Ich zieh noch mal was wieder Scheiße, jetzt hab ich kein Gravel mehr Alter, wie geil das ist Erstmal meine zwei Knochen für was wichtig ist Hey, zwei Knochen Ja, ich hatte zwei Knochen Ja, genau, ich hab meine beiden Arme da als Knoppenmel benutzt Ja, Mann Hat sie sich denn in den Presse oder was schon gemacht? So, 21 Pfeile, ey Ähm, Leute, ne, ich mach kurz einen kleinen Aufnahmestopp und äh, gleich geht's! Geht's weiter nach einem Knochen Oh Gott So, jetzt geht's weiter Adi? Oh ja Überrascht, ne? Die Kackhühner, ey, sind sooo gemein Haben sie sich diese Klucke runtergeschubst? Ne, wollen aber nicht hören So Ja, du musst dir Seeds in die Hand nehmen, dann hören die auf sich Ja, genau Ist der Anführer da So, jetzt kann ich mir noch mehr Pfeile, äh, nicht machen, hm Ist der Anführer mit dem Knochen? Das war, glaub ich, gar nichts Ach, stimmt, ich hab das noch zum Schmelzen So Ach, wer will das? Da war nichts Alter, wie lange geht das noch? Was denn? Ja, irgendwas gleich geblie- also, das liegt ja Es gibt noch ein paar Minuten Keine Ahnung Ja, ich hab's hier noch Oder nicht? So, ich geh erst wieder runter, wenn ich volles Essen hab Und dann nimmst du die auch Dann nimmst du die auch Dann nimmst du die auch Dann nimmst du dir aber auch nichts mehr Warum ist hier ein Knopf? Der ist von Penna, wer war das? Ja, genau, wer hat der TNT platziert Martin? Hast du's aufgedrückt? Neee Schaade, Alter Ich drück nie auf Knöpfe, bevor ich hinten nachbeguckt habe, was es ist Das ist ein Penna Oh, Mann Schade Ich hab's noch mal TNT, ne? Müsst du jetzt, äh, irgendwas in die Luft jagen, zum Beispiel gefühlschaut oder so Ach, was Aber baue ne Falle damit Oh, gibst du mir wieder zurück? Ne Bleib jetzt in meinem Inventar, damit du nicht Scheiße baust damit wieder Weißt du? Weißt du? Hab niemal viel gebaut, Hauptsache haben wir schon Trollen Das wär's dann sehr noch schuldig, schuldig, äh, da letztlich kannst du schon nicht mehr sprechen Äh, wie lange geht die Folge noch? Äh, noch zwei Minuten Und, äh... Ja, danach machen wir eine kurze Aufnahmepause, ich muss noch kurz was machen Äh, die... Die Sonne sieht bei mir aus wie das Wachszeichen Scheiße Ah, mein Gott, die Musik nervt, sooo Ach, sieht doch aus Die geht noch ein paar Sekunden, das ist gut Hä, wo geht's denn nochmal hoch? Scheiße Oh, die Musik ist vorbei Aha Klingt schon wieder so ne behinderte Musik an Was machst du eigentlich? Ich, äh, bin gerade in der Höhle Ach, wirst du jetzt auch in der Höhle? Ja, gerade gleich in der Höhle Ich suche gerade den Weg heraus Ich bin gerade irgendwie verwirrt Da ging's zu hoch So, jetzt hier lang Kann ich hier links nicht machen, aber sie hier runter Ich glaube, sie ist hier runter Äh, mann, ich glaub die ganze im Kreis, alter Haha Oh, die sollte gedrängt, wollen wir was essen? Was solltest du? Vielleicht Nur vielleicht Ich bin gerade in der Höhle Grabe ich mit dem Hecht, aber ich kann den Höhle Ich habe die Höhle Ich habe das in der Höhle Alter... Ich fau mich grad hoch... Nee, 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 nee! Alter, ich lebe! Ich hab mich grad hochgebaucht, ne? Ja, das ist klar! Das klingt so hoch und da kommt eine Spinne, direkt über mich, und da stehen noch zwei Alter, hab ich wieder unterscheid, gell. Ich schätze, wie die Lärm aus. Ach, und die Folge ist vorbei. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, gönnt euch ein Abo, dann lasst es doch bleiben. Lieber Abo gehen, sonst komm ich vorbei, ich weiß, was dein Haus braucht. Loll! Adi, hast du noch was zu sagen? Ähm, Martin, dein Wasserfall hat irgendwie gerade einen Abgang gemacht. Was? Was? Wasserfall? Alles klar. Was hast du in den Luft gejagt? Ohne Spaß, ich geh zu euch rein und drück den Knopf mal auf dem Wasserfall und auf einmal mal zu spum. Hä? Was hast du jetzt hochgejagt? Ich hab gar nichts gemacht. Euer Wasserfall ist am Arsch. Eure Dusche. Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Du hast nur zisch gemacht. Du hast nur zisch gemacht. Du hast bumm gemacht. Du hast bumm. Adi? Du baust das wieder auf, Alter. Ich war das nicht. Nein! Ich baue ja schon ein bisschen auf Sorte-Weißen. Ist jod. Na gut, leider, ne, dann guck dich mal in der nächsten Woche ab, was wir aufgebaut hatten. Wenn nicht, dann hole ich meine ganzen TNT-Böcker und dann jagg's dann aus dem Luft. Okay, und das war's mir heute. Ciao! Ciao! Sag, tschüss! Ciao!